Ja Leute, es geht weiter mit, äh, Part 3 Ja, ich war, haha So, äh, das habe ich mit Webcam wie besprochen Bisschen umständig noch, ich bin noch frei oder Resetze kaufen Und, ja, hoffen, dass es euch so reicht Ja, bisschen rot ist durch, irgendwie aus, ja Drecksache, ey So, wir machen weiter mit der Kampagne Ich hoffe, dass es richtig gespeichert hat Und, an dem Speichermodus Hm Spielen wie gehabt, laufen wir mal weiter Wissen wir noch was passiert ist Die Kampagne, die Siedlung platzieren Was wir haben Was ist das jetzt mal weiter? So, hoffen, geht's jetzt mal weiter hier Nice Kameras im Supermarkt? Letztes mal sind wir die Batterien ausgegangen Das war nicht so toll Aussehe ich nicht Ja, reißen wir mal hin Vielleicht ein bisschen mehr Sinn? Weiß nicht Naja, doch mehr Sinn? Ja, recht Ja Also kann ich mit dem Tab keinen Sound hören oder wie? Bisschen dumm Warte mal kurz Ich steck den Sound noch kurz an Bis gleich So, weiter geht's Wartet kurz Ja So, die Webkern geht jetzt auch wieder Dann wollen wir mal loslegen So Ich seh zwar nichts, aber ok So Das wäre echt jemand leiser Bildbares Objekt positiv Wieso muss ich Bis hier zurück Macht gar keinen Sinn, oder? Eine Rabe? Jetzt muss ich nochmal wissen, wie ich da hinkomme Okay Kameras im Supermarkt aktivieren Wir sind doch hier gar nicht im Supermarkt Steht dran, Abkürzung Das Ziel wäre nicht hier Ich bin aber richtig Null Ups Steht ja hier dran Null, 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 Null Egal, laufen wir mal hier rum Hä? Da kam er doch glaube ich her, oder? Före... Före... die... Äh... Ach du... Sche... 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 scheiße Schleppieren Negativ Positiv, aber dort hinten Sieht's nicht so positiv aus Da geht's nur zur Safe Zone Da geht's nur zur Safe Zone Da bin ich ja falsch Also muss ich doch da dran So... Den Tipp den Bräuchtenpnoten steht negativ dran Bravo Aber es kann doch nicht sein, dass hier noch mal welche rumlaufen Hab ich ihn nicht gekillt? Verpisst dich du dreckiges Vieh Ja Bam Hey, ich kann was aufheben Der hat kackt Mit Kot fallen lassen Ey, 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 ey Ey, hat echt auf den Boden gekackt Alter Achso, ich kann einen Raben essen Deswegen... Mh, lecker Verrichtig lecker We get Arab money Ach, hier durch, stimmt's ja Komm her Was? Jetzt ist der Kopf weg Ja, jetzt mach ich die Tür auf und zu Recht ist, recht ist geil Wieso muss das hier, muss so dunkel sein Ganz ehrlich Ganz ehrlich Na toll Ich kann ja damit nicht laufen Was ist mal leiser, das prägt mich gar nichts Soll ich ja dann zweimal oder wie jetzt Hau durch was Ein bisschen leiser Ich lass los Lass los Alter Kriechen die Kriechen die Missgeburt Wah Was haben wir Got Arab money können wir glauben ich habe mir den Ton verzögert gefunden, ihr habt es zwar richtig keine ahnung, schauen was ich da machen muss, dass ich es richtig hören kann Kopfhörer bringt ja nichts, ja ok, ich könnte mir meine Boxen irgendwie anschließen naja wir schauen wie viele Minuten wir noch haben ach, was geht hier noch blockierte Tür wie sieht hier aus, gar keine Tür was hat der dabei, nichts was nichts dabei, hm äh erzähl deinen Kopf oben drüber oh üpp ah, diese Klee äh ja wie denn alter alter ja komm komm ja komm ja komm ja ja ich bin nicht umdrehen scan scan schade ja 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 hier ist dieses scheiß hallo hallo ein hammer nimm den hammer nimm den hammer mädchen wurden vernavikatiert egal ich scann damit kannst du bretter von den türen schlagen ja toll mann ach hier unten ey markier positiv x hier haben nun den hammer dumm 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 wiss ich hier ist in den supermarkt rein kann klar auch klar die kW entfernen dann rühren prüren ok wenn du schon mal da bist greif zu glaub traur ich weiß gar nicht hör zu so So, mach zu heilig, es ist der Tag für Sammlichkeit. Nee, vielleicht kann das besser sein. Was soll ich machen? Wie liegen das in den Kopf? Mach ich. Oh, geil. Alter, voller Blut. Hm? Auf magische Weise verschwunden? Quicken, Brad! Dann werden sie sofort Blut von ihren Händen. So. Scannen wir nun mal. Was haben wir denn? Negativ? Negativ, negativ, zwei mal negativ. Alter. Negativ. Positiv. Negativ. Na, jetzt wird's krampf gleich mit der Armee. Hier. Das Mega-Tab. Verkrampft. Cool, oder? Die war richtig unten. Tür stopp. Der Rest hier da draußen. Kein Bock auf solche Viecher hier drinnen, ganz ehrlich. Und du, Teddy. Hm? Schmaul. Ich hab's genau gewusst, dass sie gelebt hat. Die alte Dreckige Viecher. Ich hab's genau gewusst, dass sie gelebt hat. Die alte Dreckige Viecher. Da. Tja. So geht's dir noch. Immer mehr Teddybären. Nein. Teddybären. Teddybären. Oh, die Teddybäre hat's ja gut gemacht. Nur gemacht für Teddybären. Scheint wohl alles eher schlimme zu sein. Guten Tag! Jawoll! Ok, alle mit dem roten Pfeil müssten vielleicht lebendige Wombies sein. Oh, das ist bestimmt nicht mehr lebendig. So drehe ich weg, tschüss. Ein Saft. Er hat Saft gefunden. Wow, richtig schön, Saft. Davon kann ich mir jetzt ein Königreich kaufen. Aber egal. Alter! Na, komm mal her, du brauchst die Leiche! We got ARAB money! Bam! Dich nochmal, komm! Und jetzt... Katze Hanna! Die ja richtig abschreie! Ha! Scheiße! Was würde ich das machen? Eine Zombie, aber Verlöse hier bestimmt war angesagt. Ich probier's gerade. Figarere money! Ne, Spaß beiseite. Flacker! Wo jemand in die Ecke geschießt? Ruhe! Die sind nahe dran. Du dreckige scheiß Brille! Verpisst! Ich mach die... Ich kann die aber nicht abnehmen, dann hab ich... Dann seh ich fast gar nichts. Ja, das war's auch wieder mit dem Part. Bis dann. Ciao! Oh. Ich hab den drittenphants in dritten